diese möhre mit 133 mm pen auf 60 haben wir was waren wir siehst du wir sind sogar gleich wieder laut hier da pennen wir gar nichts damit sagen wir dennoch färmer mit ist tatsächlich nur die zwei was ja ja es gibt nur die he und die normale pcr hat aber nein leider nein leider gar nicht leider nein na gut gegen den tiger 2h wäre da ein bisschen kacki aber kann die immer noch nicht schwimmen die 2s1 habe ich habe es nämlich schon ewig nicht mehr nicht mehr ausprobiert ich habe es auf und ich habe es damals auf dem server ausprobiert und mir dann so gedacht wieso kann die nicht schwimmen obwohl sie eigentlich schwimmen kann was ist da los ja ich inhalt copy-paste code von einem anderen panzer gaijinaroni copy-paste code ja shit wir werden verlieren wir fahren mit deutschen kommentiert wo wir sind dann zumindest nicht auf unserer seite so kommen hier kommen geronimo durch die artillerie durch gegen das fahren wir überhaupt ach so okay gegen so einiges es ist richtig und er fährt ein bisschen was kleines helgert nicht hätten durfte du bist zu langsam kann es sein dass ich links von uns auch warten sie ich bekämpfe selbst danke kann das nicht sein dass ich links von uns ein hellcat höre ich höre ich habe ich ärgere ihn einfach indem ich ihm an den turm schepper warum ich kann da nicht auch ich schieße tief reparieren ja das ist man muss gaijins entscheidung nicht verstehen die sind halt alle sowas von hier ist einer reingefahren falls du es nicht gesehen haben solltest und pass auf der jumbo ist da auch noch rechts ich bin dumm gewesen ich musste mir erst mal die ich muss mich erst mal die hellcat kümmern oh nein dahinter kommt noch was ich kümmere mich erst erst mal um die hellcat ist raus und vorsicht hier hinter kommt was ja immer ein 50 das waren immer in und 50 sicher also ich habe gerade immer in 50 gekühlt nee da ist noch eine m18 ich habe jetzt bloß eins oh gott da steht ja okay wow der war sowas von lucky der schuss hier kommt noch ein jumbo ach nee warte wer hat mich denn jetzt beschossen ach so das war der junge naja und hier kommen auch noch zwei die die jetzt pushen kriege ich die naja wie gesagt man muss die die entscheidung von gaijin hobby die muss man nicht verstehen ich hinterfrag das auch schon gar nicht mehr ist das safe to cross nee da ist da ist links 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 ja ja war ein bisschen dämlich ah der hat auch zwei augen vorne drauf wie süß ist auch geil ist es safe to cross und er ist schon auf der hälfte des weges rüber erste runde jawoll t25 so nicht mein freund so nicht noch langsam gehen wir die jumbos hier aber echt mächtig auf den kranz ach schade bin ich doch im vergangen geblieben ich wollte eigentlich drunter durchschießen aber leider nein leider gar nicht spiel hat gesagt nee schade warte mal hier steht noch ne irgendwo hier steht noch dank ich kann nicht crossen weil hier gegner stehen der jumbo mobbt mich und hier steht noch ne m18 keine ahnung warum die die nicht beachten ich sehe den jumbo hinten nevermind got him so jetzt will ich mal gucken ob ich die m18 hier kriege die ich gerade gepinkt habe die steht hier nämlich irgendwo in der ecke direkt hier neben dem haus steht sie oder dahinter besser gesagt so warte mal wir probieren mal was ja da steht sie da steht sie ich sehe sie ich höre sie nur ja ja der steht halt da so blöd dass man dass ich jetzt so im im sidescrap raus muss nein Mann jetzt hat er den nächsten oh Hunter servus ich stehe so dumm ich habe sie ich war ein bisschen ich war ein bisschen greedy auf die Hellcat oh wo ist denn der t25 der steht hier oben auf dem Berg auf ich bombe den mal bombe ihn doch mal ähm derweil fahrt dreh ich um und fahr zu b aus gründen weil es halt wieder irgendwer geschafft hat außen rum zu fahren und nach b rein zu fahren das ist halt einfach auch eher so ne semi gut übrigens Freunde wenn ihr einen kv220 seht ja dann äh oh ist es safe to cross nein ist es nicht gib denen keine tipps hallo sonst dem muss auf ihr bleiben scht gib ihnen doch keine tipps hör doch auf oh das war ja nur ein normaler Jumbo also ein normaler Sherman der Schuss der Schuss war auch ein bisschen lucky ich gebe es zu oh hallo tja Kommandant Richtschütze jetzt habt ihr ein Problem wa hab jetzt ach der hat den oh ok Moment nein du bist halt auch das war heute der Knaller des Tages ist es safe to cross ja passiert ich liebe sowas hey nicht machen hey deine 2 brennt hier nicht machen nicht anzünden nicht anzünden oh oh na gut da verteilt sich meine Bremse da verteilt sich meine Bremse oh German an dem an dessen Turmseite ich nicht durchkomme dahinter ist noch ein German nein jetzt dreht er sich in dem Moment wo ich ihm doch in seinen MG-Look reinfeuern will so jetzt machen wir im ersten Mal das Kanonenrock kaputt Schusshilfe schieb mich doch nicht da rein du so Freunde mein Juck was du gibst mir schön Deckung mein Freund wenn ich meine Bomben los hab mach das oh stopp da Flacke wahrscheinlich komm ich sowieso nicht rechtzeitig Alter ist das ein Brocken von Flugzeug fast so schlimm wie es ist halt so geil die 2-4 ist halt die originale Kopie wir wissen es alle aber die original 1 zu 1 dreckige Kopie von der B29 würdet ihr bitte den Jäger da wegschießen ich waste meine Bomben stopp der Jäger da hinter mir ist ah ok schön ja bitte der fliegt nämlich noch nicht auf mich zu ich hab ihn gecritet noch fliegt komm LR7 ich vertraue auf die LR7 es sind nur noch 3,5 Kilometer LR7 tu mir den gef... oh er checkt's gar nicht die LR7 ist ein Gott Hau weg das Ding ja ich hab noch 2 Kilometer so 1,5 genau in diesem Zeitpunkt wurde ich letztens von einem Teammate geponkt in der Nuke und tschüss kann ich dich ja jetzt killen was jawollo wunderschön der Casual KV zur 20 Runde würde ich sagen würde ich auch sagen hat doch geklappt war doch ok